Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Teil von Märkte und Trends hier beim Aktionär. Wir haben spannende Werte für euch mit dabei. Einmal Paypal, Boeing, Coinbase und das Öl. Im Studio bei mir sitzt Samir. Hallo Samir, ich begrüße dich. Grüß dich, Boris. Samir, die Märkte wollen momentan einfach nicht runter. Sobald irgendwie ein bisschen was nach unten korrigiert hat, wird es direkt wieder hochgekauft. Woran kann das denn momentan insgesamt liegen? Ja, also es liegt natürlich zum einen daran, dass aus zwei Argumenten, die mir so einfallen, zum einen, dass es eventuell eine gewisse Top-Bildung sein dürfte, dass die Marktteilnehmer oder die ganz großen Positionen eventuell so ein bisschen abbauen. Wir sehen ja auch gerade, dass die Tech-Werte richtig gut gelaufen sind. Und dann halt wieder auch die Masse vieler entsprechend auch wieder versuchen, jegliche Rücksätze in irgendeiner Form zurückzukaufen. Zweiter Punkt ist tatsächlich der, dass eventuell vielleicht große Werte ein bisschen leicht abgebaut werden, aber auch andere Branchen, die noch sehr, sehr stark hinterher hinken. Dazu gehören ja die Turnaround-Kandidaten, die wir in den letzten Tagen und Wochen auch besprochen haben. Also beispielsweise eine Starbucks oder auch eine Nike, eine Tesla, die noch nicht richtig gezündet hat, obwohl sie ja auch zu den großen Magnificent Seven beziehungsweise zu den Tech-Werten ja auch gehören, dass da wieder so eine gewisse Umschichtung soweit stattfindet. Aber das muss man jetzt erstmal in den nächsten Tagen und Wochen etwas genauer beobachten, ob das tatsächlich eine Top-Bildung ist, beziehungsweise nach wie vor noch dieser Trend vollkommen intakt ist. Wir haben ja noch zwei große Events in dieser Woche oder beziehungsweise jetzt demnächst. Das ist zum einen heute der Arbeitsmarkt. Wir haben nächste Woche auch die Notenbank-Sitzung. Wir haben die Europawahlen am Wochenende. Also von daher dürfte das recht spannend sein. Und ja, die Märkte sind weiterhin sehr zäh und sehr robust. Wie definierst du für dich einen Turnaround-Kandidaten? Was ist da so deine genaue Definition? Also Turnaround-Kandidaten sind ja Aktien, um hier einfach ein Beispiel zu benennen, die stärker in Mitleidenschaft gezogen sind, dann eine sehr schöne Bodenbildung hingelegt haben und eventuell wieder bereit sind, stärkere Ausbrüche nach oben vorzunehmen. Dazu gehört beispielsweise eine Boeing, die wir die letzten Tage besprochen haben. Es gehört mit unter anderem auch eine PayPal, die sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Oder auch eine Starbucks, die ebenfalls unter Druck gekommen ist. Das sind alle drei Kandidaten, die wir ja persönlich aufgenommen haben. Und von daher könnte es durchaus sein, dass auch hier einiges an Potenzial wieder auch gewährleistet ist, um zumindest stärkere technische Gegenbewegungen vorzunehmen. Dann lass uns doch direkt einen Blick auf den ersten Kandidaten werfen. Und zwar ist es die Boeing. Die Boeing habt ihr Ende der Woche schon besprochen und Anfang der Woche seid ihr intensiver darauf eingegangen und habt euch dann entschlossen, die Boeing auch mit aufzunehmen. Lasst doch den Zuschauern mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen kriegen. Wie ist diese Entscheidung halt getroffen worden von euch, vom Märkte- und Trendsteam? Und wo ist denn der Wert jetzt aktuell hingelaufen? Genau, wir können das mal am besten einblenden. Wir haben die Boeing vor zwei Tagen hier miteinander soweit besprochen. Ein gewisser Turnaround-Kandidat, weil die Aktie wirklich deutlich unter Druck geraten ist. Wir haben jetzt auch ein paar positive News in den letzten Tagen gesehen. So beispielsweise auch ein Großauftrag seitens der türkischen Airline. Dann mit unter anderem haben wir auch den Starliner ja gesehen, der erfolgreich sozusagen gestartet wurde. Das Zertifikat selbst hat jetzt in der Zwischenzeit, also mit Aufnahme vor zwei Tagen, knapp 15,18 Prozent soweit zugelegt. Wir haben ja auch bewusst ein konservatives Zertifikat, also mit einem Hebel zwei rausgesucht. Auch die Positionsgröße haben wir klein ausgewählt, weil wir uns die Option offengelassen haben, eventuell eine zweite Drange einzukaufen. Und die Boeing, die ist für uns weiterhin sehr, sehr interessant aus zweierlei Hinsicht. Erstens, es ist so viel Negatives an News soweit schon bereits möglicherweise eingepreist. Und das Zweite ist, dass wir auch entsprechend natürlich positive News jetzt erwarten, weil irgendetwas muss passieren bei Boeing. Klar ist das Thema Sicherheit und vor allem aber auch Qualität höchste Priorität, dass das alles wieder mal rund läuft. Und entweder werden Köpfe rollen müssen, um einfach hier Boeing wieder nach vorne zu bringen, beziehungsweise auch sehr starke Investitionen vorgenommen werden, um letztendlich wieder Qualität und Sicherheit auch zu gewährleisten. Deswegen bleiben wir auch hier soweit mit drin. Letztendlich gilt bei uns immer ein ganz großes Motto. Wenn alles soweit oder da versuchen wir, Negatives bereits mit drin ist, sehen wir meistens auch gute Chancen, solche Werte auch mal wieder aufzunehmen. Und das Kursziel bei der Boeing, das sehen wir so zwischen 200 und knapp 220 US-Dollar. Da haben wir also durchaus noch einiges Luft und Platz nach oben. Möglicherweise werden wir auch hier wieder so ein bisschen leicht aufstocken. Das schauen wir uns jetzt auch mal etwas im Chart etwas genauer an. Das ist ein sogenannter in Klammern Turnaround-Kandidat. Natürlich jetzt nicht im klassischen Sinne, dass die Aktie extrem gebeutelt wurde, aber wir sehen eine kräftige Korrektur von 270 US-Dollar in der Spitze plus minus. Und die Korrektur hat bis 156 Dollar soweit angehalten. Wir haben eine sehr schöne Bodenbildung gesehen. Chart-technisch haben wir auch sehr schöne Signale bekommen, dass möglicherweise auch hier eine Bodenbildung soweit abgeschlossen wurde. Die positiven News sind jetzt sukzessive die letzten zwei Tage reingekommen. Und man sieht auch sehr gut an diesem Volumen-Chart, das ist die Volumen-Analyse, die wir hier im Schwerpunkt auch vornehmen, dass wir Minimum so ein Ziel Richtung 204 US-Dollar sehen können. Da ist also noch ein bisschen Platz nach oben. Aber im besten Falle könnten wir noch mal mittelfristig gesehen Ziele Richtung 250 bis 260 US-Dollar sehen. Aber wir bei Märkte und Trends wollen das natürlich sukzessive sehen. Wenn wir hier zwischen 30 und 40 Prozent plus machen mit dem Zertifikat, sind wir da schon eigentlich wunschlos glücklich. Die Boeing hat natürlich auch einiges an Großaufträgen mit reinbekommen, auch noch mal Rüstungsaufträge. Aber ich muss dich nur mal ins Positive korrigieren. Ihr habt wirklich einen perfekten Einstieg gefunden. Der war am Montag schon und noch nicht vor zwei Tagen. Und habt jetzt den vierten Gewinntag in Folge von der Boeing mitgenommen. Und ich bin mal sehr gespannt, wo es noch hin weitergehen kann. Wenn wir dann einen Blick auf die PayPal werfen, die ihr ja auch schon seit einer guten Zeit bei euch im Depot habt, ihr aber immer an den Wert soweit geglaubt habt und halt auch an die Trading-Idee von euch. Gab es da jetzt immer signifikante News, was sich geändert hat oder warum ist die mit nach oben gezogen? Ja, an sich nicht. Also es gab jetzt keine positiven News. PayPal ist wirklich ein Geduldsthema. Da sind wir auch schon länger positioniert. Gestern haben wir wieder bereits das erste Mal wieder kräftig zugelegt. Aber das hatten wir in der Vergangenheit öfter schon mal gehabt, wo die Aktie 4, 5, 6 Prozent rausgelaufen ist. Wir erinnern uns auch mit der Aussage von Alex Chris, der CEO, der im letzten Jahr mit dazugerückt ist, der gesagt hat, wir haben Großes vor, wir haben eine gewisse Innovation. Also als wäre er tatsächlich hell erleuchtet auf einmal und weiß letztendlich, was er da tun soll. Die Aussage hat so ein bisschen enttäuscht. Das ging also letztendlich darum, dass man das Thema KI etwas stärker auch hier mit einbinden möchte. Man hat Unmengen von Daten, die man auswerten kann. Und da steht es natürlich jetzt im Vordergrund zu sagen, okay, eventuell auch so eine Art von Vermittlergeschäft vorzunehmen. Das heißt also, vorhandene Kunden, das sind über 300 Millionen Kunden bei PayPal und mit den Einzelhandel oder mit den E-Commerce-Läden auszuwerten über künstliche Intelligenz, passende Produkte zu den Kunden letztendlich auch zu empfehlen. Das heißt also, ja, man kann das wie eine Art Werbegeschäft beziehungsweise Vermittlergeschäft sehen, ist natürlich jetzt nicht der ganz große Wurf. PayPal ist eine ganz große und starke Marke, aber das sind auch weiterhin so Zukunftsthemen, die durchaus sehr interessant sein dürften. Gerade jetzt im Kryptobereich, da erhoffen wir uns, dass noch wesentlich mehr kommen dürfte. Und wir werfen mal auch einen Blick auf den Chart und da sehen wir, dass die PayPal gestern natürlich kräftig nach oben rausgelaufen ist. Also Kryptothema dürfte auch wahrscheinlich stärker im Fokus sein, wenn das Ganze mal so im Mainstream auch mit angekommen ist. Wir haben das Brokerage-Thema, was auch schon mal in den Raum stand. Ich meine, beim Kryptobereich hat man schon bereits in England und auch in Amerika erste Testobjekte soweit am Starten. Von daher glauben wir schon, dass PayPal gute Chancen hat. Und ich glaube schon, dass wir auch mittelfristig bei der PayPal so Kurse zwischen 80 und 90 US-Dollar sehen könnten. Allerdings ist es noch ein langer Weg. Mal schauen, ob heute noch mal ein bisschen Nachhaltigkeit reinkommt. Wenn ja, könnte das möglicherweise auch der erste Startschuss sein, dass eventuell auch die PayPal etwas kräftiger zieht. Ich blende das nochmal ein, das ist die Wertpapier-Kennnummer, die wir rausgenommen haben. Keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung, sondern das, was wir hier bei Märkte- und Trends-Depot aufgenommen haben. Ulrich-Marte-1-X-C-J, der Hebel auch hier konservativ 2, K.O. liegt bei 46 Dollar. Ich meine, wir kommen ursprünglich von 300 US-Dollar in der Pandemie-Spitzenzeit. Klar, hat natürlich alles daran profitiert. Jetzt haben wir den Boden der Realität wahrscheinlich auch gesehen. Sehr schöne Bodenbildung, möglicherweise Turnaround-Kandidat. Und da wollen wir auch natürlich versuchen, etwas länger mit positioniert zu bleiben. Aber auch wirklich gut zugelegt hat in den letzten Tagen, natürlich halt auch was mit dem Bitcoin und den ganzen ETFs zu tun hatte, die Coinbase. Coinbase habt ihr schon häufiger gehandelt, ist immer ein Wert gewesen, der bei euch auf der Watchlist halt war. Warum diesmal und was sind die Gründe dafür, dass der Trade auch so gut angelaufen ist? Ja, Coinbase ist auf jeden Fall recht gut angelaufen. Wir haben gesagt, okay, wir wollen natürlich schauen, dass wir bei diesem ganzen Krypto-Boom mit dabei sind. Ich meine, inzwischen hört man das ja auch recht stark. Ich bin bekennender Unbefürworter von Bitcoin. Das klingt wie so eine Sekte. Ja, muss man, also ja, Bitcoin-Maximalisten betitelt man so extrem wie Michael Saylor oder auch Katie Wood oder sonstige bin ich jetzt nicht. Aber ich bin schon überzeugter Bitcoiner, weil mich das Thema wirklich sehr, sehr stark fasziniert, wie das alles aufgebaut ist, was die Idee und die Entwicklung betrifft, die Technologien und vor allem aber auch das Thema Blockchain. Und wir haben diesbezüglich gesagt, okay, wir wollen natürlich auch einen Dienstleister uns raussuchen, also eine Kryptobörse und zwar eine regulierte Kryptobörse, die ja seitens der SEC stärker, ich sag mal, reguliert wurde. Und das Zertifikat kann jetzt in der Zwischenzeit ebenfalls gut 14 Prozent so weit zulegen. Das ist die Wertpapierkennnummer, Martha, Emil, 3, Konrad, 9, Quelle. Und da sehen wir schon bei der Coinbase, dass wir gute Chancen haben, zu Richtung 300 US-Dollar, das ist das Jahreshoch, nochmal zurückzulaufen. Aktuell stehen wir knapp bei 260 US-Dollar. Wir haben also durchaus noch Luft und Platz bei der Aktie. Hier sieht man das nochmal im Chart relativ gut. Das Thema Kryptobörse, Coinbase wird natürlich stärker im Fokus stehen, weil einfach die Fantasie der weiteren ETF-Zulassungen, jetzt im Bereich Bitcoin, aber auch andere Krypto- oder Fintech-Unternehmen, so möchte ich es mal formulieren, beispielsweise Ethereum, Solana möglicherweise im kommenden Jahr. Das heißt also, über jede einzelne Transaktion partizipiert natürlich Coinbase mit an der Entwicklung. Und deswegen haben wir auch Coinbase aufgenommen. Das reicht aber auch vollkommen aus. Man muss kein Klumpenrisiko fahren, indem man sagt, man braucht jetzt Bitcoin, man braucht MicroStrategy, man braucht Coinbase. MicroStrategy haben wir auch schon recht erfolgreich gehandelt. Den Trade haben wir erst kürzlich soweit im Gewinn geschlossen. Coinbase ist für uns jetzt ein Thema, wo wir sagen, mit Kursziel 300 US-Dollar, da würden wir gerne auch positioniert bleiben. Und da möchten wir entsprechend auch hier schauen, dass wir tatsächlich auch noch mal ein bisschen Gains machen, also ein paar Punkte daran verdienen. Ist recht gut, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann wir es aufgenommen haben, vor drei Tagen, vier Tagen, glaube ich. Ich schaue mal ganz kurz nach, das war 28.05. 28.05., also vor roundabout neun Tagen. Von daher ist die Entwicklung auch hier erst mal soweit in Ordnung. Wir haben auch sehr, sehr starke Kapitalzuflüsse in den ETFs, was wir gesehen haben. Im Übrigen auch der ETF von BlackRock, einer der erfolgreichsten ETFs ever in der Geschichte. Richtig viel Kapitalzuflüsse. BlackRock selbst hat jetzt inzwischen auch selbst in den ETF investiert, also aufgenommen. Und der Gedanke, dass natürlich die Pensionskassen und entsprechend auch weitere große Companies ebenfalls auch in den ETF investieren werden, ist recht hoch. Man hat ja auch heute schon über das F13-Protokoll gesehen von BlackRock. Also man muss ab einer gewissen Größe von 100 Millionen US-Dollar aufwärts alles offenlegen. Und dann hat man gesehen, dass weit über 400 Unternehmen in den Bitcoin-ETF von BlackRock investieren. Denn BlackRock selbst hat auch ebenfalls investiert. Und das Thema Pensionskassen, wie gesagt, Hedgefonds, Fonds selbst, Vermögensverwalter, wird noch weiterhin anhalten. Und deswegen könnte auch hier Coinbase stärker davon profitieren. Sagen wir zu guter Letzt noch schnell einen Blick auf das Öl. Ihr habt auch dort einen Trade aufgenommen, der auch wirklich gut angelaufen ist. Und ihr habt auch einen sehr guten Einstieg gefunden. Genau. Auch hier gab es einen sehr, sehr starken Abverkauf. Und zwar mit der Produktionskürzung, die bis Ende 2025 anhalten sollte. Das Ganze wird jetzt vorzeitig sein. Daraufhin ist der Ölpreis ja richtig schnell nach unten mit einer scharfen Korrektur abgearbeitet worden. Wir haben gesagt, okay, das gefällt uns sehr gut. Da werden wir uns auch gleich mal den Chart etwas genauer anschauen. Die Frage ist immer, die wir uns stellen, was ist schon möglicherweise mit eingepreist? Wenn alle negativen News drin sind, dann kann es eigentlich nur noch steigen. Und deswegen haben wir gesagt, Brandöl ist für uns auf jeden Fall sehr interessant. Das Zertifikat VX4AGJ mit DKO bei 45,70 Dollar. Und vor allem aber auch der Hebel 2,4 kann jetzt knapp 7,8 Prozent soweit zulegen. Wir rechnen schon im besten Falle mit Kursen Richtung 93 US-Dollar. Wir sind jetzt aktuell, glaube ich, irgendwo bei 72, 73 US-Dollar. Wir werden uns das gleich auch nochmal etwas genauer anschauen. Und von daher, so, da schalten wir mal am besten kurz rüber. Dann schauen wir uns das nämlich auch im Chart etwas genauer an. Dazu müsste ich jetzt erstmal den Wert raussuchen. So, wo haben wir das Brandöl? Genau, wir sind jetzt knapp bei 79 US-Dollar. Und wir haben praktisch diese scharfe Korrektur gekauft. Warum? Weil wir an gewissen Volumenpreisen angekommen sind. Die lagen hier knapp bei 77 Dollar. Und wir haben gesagt, ja, da gehen wir rein. Eventuell zweite Tranche nachkaufen, wenn es deutlich tiefer geht. Wir erwarten und hoffen noch, dass es stärkere Impulse und Signale seitens der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gibt. Das ist China. Wenn die noch mit anzünden, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir auch wieder relativ schnell Kurse so um 83 Dollar sehen. Das ist das erste Ziel. Und im Idealfall mittelfristig gesehen, die nächsten Quartale könnten wir durchaus wieder die alten Bewegungshochs um 93 US-Dollar sehen. Aber Step by Step, wir sind jetzt positioniert und werden das Ganze dann auch hier bei uns im Märkte und Trends im Plus-Bereich auch weiterhin begleiten, wenn wir dann bereit sind, auch eventuell Positionen wieder abzubauen bzw. weiter aufzunehmen. Ja, Samir, da sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Bei uns geht es aber weiter mit Märkte und Trends Teil 2 auf heavytraders.live um 14.15 Uhr. Ihr könnt euch dort gratis registrieren und seid auf jeden Fall mit dabei. Wir werden weitere interessante Themen besprechen. Auf jeden Fall werden wir auf die Nvidia nochmal eingehen und den Aktien-Split, die Arbeitsmarktdaten in den USA. GameStop haben wir auf jeden Fall mit auf der Liste. Wir werden auch nochmal auf die Coinbase eingehen. Aber die generelle Depot-Performance von Märkte und Trends werden wir auch nochmal ein bisschen hervorheben. 73% seit November 2023 ist auf jeden Fall beachtlich. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, kommt auf unsere Webseite heavytraders.live, registriert euch dort und seid um 14.15 Uhr im Livestream mit dabei. Samir, ich bedanke mich bei dir und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und wir würden uns freuen, wenn ihr um 14.15 Uhr bei uns mit dabei seid. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Untertitelung des ZDF, 2020